Ich bin euer Vertretungslehrer, Herr Fisch. Entschuldigung, wer? Noch einmal, Herr Fisch. Nein, wer hat gefragt? Sie sehen ja auch aus wie so ein Fisch. Sollte das noch einmal vorkommen? Kannst du den direkt auch einmal liebgrüßen geben, ne? Ja, dann fangen wir mal an. Wer kann mir denn mal sagen, was eine lineare Funktion ist? Was? Nehmen Sie mich, nehmen Sie mich. Ach ja, jetzt meldest du dich doch noch? Weiß ich nicht. Herr Rein? Das gibt einen Schulverweis, ne? Ich meine, einmal die Kopfbedeckung bitte abnehmen. Herr Fisch meinte, ich soll Sie liebgrüßen. Ach, das ist ja lieb von ihm. Vielleicht sollten wir mal deine Eltern informieren. Nein, bitte sagen Sie nichts meinen Eltern. Magst du Minigolf? Minigolf? Wenn du den jetzt reinmachst, vergessen wir die Sache. Ja, dann probiere ich mal mein Glück. See you!